Vielen Dank, Prof. Dr. Uwe Preiß von den Netzwerken 21. Wir kommen zum Ende der 196. Montagsdemo. Ich habe schon erwähnt, an der Warnwaffe finden Sie sehr viel Informationsmaterial. Erwählt habe ich die 200. Montagsdemo. Decken Sie sich ein mit Flyer. Dann gibt es den zweiten kleinen Ratschlag. Der Ratschlag wird übermorgen stattfinden, im linken Zentrum Niederhausen, der Böckner Straße 105. Dieser Ratschlag wird von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr gehen. Am übernächsten Morgenende, dem 16.11., findet die siebte Laufdemo statt. Laufdemo auf Schwäbisch, Spaziergang. Die bietet statt, am Europapplatz, am Fasanenhof. Wie immer um 14.30 Uhr, am Fasanenhof kommt man ganz bequem mit dem U6. Vorher habe ich es erwähnt, die Veranstaltung im Rathaus zum Bürgerbegehren, den ich drückte 21. Storno 21, weil ich vorher falsch gesagt habe, diese Veranstaltung ist am Montag, den 18.11., nach der Montagsdemo, heute eben zwei Wochen. Wir kommen zu unserem Emo-Zug, der geht durch die Laufenschlager Straße, Friedrichstraße, Volzstraße, Schlossplatz und der Schadenstreik findet dann am Marktplatz statt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie so zahlreich hier gewesen sind. Alles Gute, guten Nachhauseweg, gute Demonstrationen. Vielen Dank.